Willkommen zurück, ich zeig mal die Proberunde, die ist lustig. Ja, voll rein. Das heißt, wir nehmen jetzt beide auf? Ja, nehmen wir mal wieder beide auf. Auf die Freundschaft. So, was haben wir, Black Neils, Mama und irgendwas Französisches. Le Thierryphil, Thierryphil. Ich kann kein Französisches. Ich kann kein Französisches. Ich kann kein Französisches. Eiffelturm. Oh, Mama ist rausgegangen. Oh, hatte schon Angst, hatte schon gesehen, hat gesagt, nee. Er hat die Bilder gesehen, er hat gedacht, ne? Und hat gesehen, dass wir Vollprofis sind, oder? Oder Vollspaß, ein Eins vom Melden. Oder Vollspaß, out. Ah, voller Polidimeter, f*** dich. Kackt die Wand an. Okay, los geht's, los geht's, los geht's. Holen wir uns das Teil. Holen wir uns den Sieg, holen wir uns den Sieg. Ich kreise hier sinnlos rum. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Läuft, läuft, läuft. Das ist einer so genial gewesen. Ich dachte, ich hätte es da reingehnt. Aber muss man gucken, wie Heedern von hinten an, äh, wie Lego von hinten angeflogen kommt gerade jetzt nochmal. Moment. Wuuu. Hä? Haben die alle das Spiel verlassen? Nee. Ich dachte grad schon. Einer hat jetzt das Spiel verlassen, glaube ich. Ja. Dafür hat das Boomer reingekommen. Ja, Boomer ist ein Bot. Achso. Boombot. Boom... Nee, Boombox. Auch ein schlechtes Album von den BeatStacks. Oh, verdammt. Some people may run. Ah, es hätte so schön werden können. Oh, shit. Verdammt. Nein. Nein, nicht mein Tor. Oh, man. Nicht schon wieder. Warum muss das Gegnerteam immer Tore schießen? Können wir nicht mal auf ihr eigenes Tor ziehen, so wie wir? Genau. Vielleicht soll ich mich da hinten am Tor aufstellen. Oh, wobei ich stehe jetzt gerade gut zum Ball. Jetzt stehen wir beide. Ne, du stehst besser. Wow. Wow. Ah, da kam sogar ganz gut rein der Ball. Sind ein Heim nie da mal weggehauen. Ja. Das wäre zu einfach gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren im Bundestag. Einmal freigespielt und einmal reingemacht. Da ist das Ding. Ich wollte eigentlich so mit meinen Arsch reinschießen und den Ding angeben, aber... Ja, ich wollte auf seinen Arsch rauf, aber ich hätte dann den Ball getroffen. Ich dachte rein oder durch. Je nachdem. Weißt du, alles, was bei mir unten reingeht, geht rum, wieder raus. Ja. Das ist unten reingeht, geht oben wieder raus. Ja. Hm. Bei mir ist das so. Ja. Wow. Ist ja auch zu schön gewesen. Ja, aber dafür kommt er mal jetzt schön... Ach, das ist ein Regenbogen. Oh Mann. Seriously? Oh. Ja, 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 ja. Ja, kannst du mal sehen, ne? Ja, ja. Shit. Da hab ich schon wieder zu früh gedrückt. Der kommt auch wieder zu dir zurück, Lego. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bonk. Wer ist kommt? Autoscooter. Ah, fuck, ich dachte, das ist ganz härter. Hm. Ja, ja, passend noch vor's Tor. Ich bremse nicht mal für Jesus. Ich hab nach hinten geschossen, unter mir war ein Header und ich kann nichts dafür. Ja, ich leg mir den Ball gerade zurecht in die Mitte. Wo ist denn der Mittelspieler? Oh, Zeitlupe. Oh, ist der Torwart schlecht von denen, ey. Aber ich bin noch schlechter. Oho. Apropos schlecht. Kannst du was sagen? Bam. 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 Läuft. Läuft bei dir, ne? Yo. Bei mir auch. Komm mal, der Ball jetzt hingeflogen ist, aber ist okay. Schwupps, die wupps. Rara Rasputin. The Russian Queen. So. Großartige Band. Turisas. Finde ich fantastisch. Hätte so schön reingehen können, aber der Typ war auch da und dachte sich, ich geh rein. Und ich dachte dann so, boh, ne, bist du ein Arschloch. Komm, Flo. Dann bin ich nicht reingekommen. Aber dafür hab ich ihn umgehauen. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ah, fuck. Nein, scheiße. Ist nicht wahr. Ich geb mal aus dem Tor raus, ne. Einmal ist man nicht da. Ja. Du bist Torwart und Stürmer. Das geht nicht. Ja. Aber das Schöne daran ist, egal was passiert, du bist schuldig. Ich weiß. Außer im Mittelfeld. Wenn da Scheiße abgeht, dann hab ich kein Problem mit. Nee. Crash einfach rein. Ab. Ja, einfach rein dreschen da. Ja, und einmal den Ball spielen. Siehste? So geht das nämlich. Nice! Das war mal ne geile Kombination. Kann man nicht anders sagen. Konnten sie jetzt auch nicht mehr viel machen, ne. Ne, ne, ne. Da haben wir eiskalt ausgespielt. Da hast du die Vorlage... Oh. Bah, mit dem Arsch. Wie ich kognitiv vorhergesehen hab, dass du da... Einfach irgendwelche fremden. Das war kognitiv. Ja, ich weiß auch nicht, was ich damit hab. Ne, wie nennt man das denn? Prevision. Wie nennt man das denn? Vorherse... Instinkt. Instinkt! Danke, Yidan. Das war das Wort, was in meinem Wortschatz noch fehlte. Oh. Bah. Ich hab immerhin gerührt. Ich hab immerhin gerührt. Ich hab immerhin gerührt. Nix ist, Kollege. Ah, der ging daneben. Zur Mitte, zur Tüte, zum Sack. Zack, zack. Ah. Macht der nix, weil... Oh, da war doch noch jemand. Ich kann sagen, macht der nix, weil die Gegner geben uns ja auch schon Vorlagen. Sie versuchen's zumindest, ja. Lego Express. Oh, Mann. Ich hätte den so weggehauen. Weck mir den Ball. Ja. Das war knapp. Das war echt knapp, ja. Oh, danke. Mein Gott, das ist schon doch so ein Seifenblasen-Fanatiker. Komm schon, Flo. Oh, schade. Ich versuch's, ja. Vollgas rein da! Jippie, jippie, yeah, jippie, yeah. Krawall und Rocket League. Du, du, du. Nee, 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 nee. Kollege, das lässt du bleiben. Ich hab immerhin zwei Gegner zerstört. Ich versuch jetzt ein bisschen abzu- Ah, beide fahren an mir vorbei, heiß kalt. Los, Flo! Oh, schade. Ich bin noch im Tororten. Wuh! Trocken auf den heißen Stein. 35 für 40. Ja, mach mal zwei Runden, wenn wir beide aufnehmen. Von daher. Ja, dann machen wir noch eine Runde hier, ne? So. Einmal irgendwie eine Synergie. Und wenn wir ein Bild und her aufnehmen, sind wir grad bei 2 Gailableen. Und wir stehen für immer wieder неё, vor allem Lorentzen.